Als ich vor vielen Jahren die Familie Wagner kennengelernt habe, war es genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich stand wieder einmal neben meinen Schuhen. Ich habe einen Spreizfuß und wenn ich länger in den Schuhen stehe, bekomme ich starke Schmerzen. Seitdem ich die Wagner-Schuhe trage, ist das Problem gelöst und ich fühle mich wieder wohl.